Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Ich möchte heute noch einmal Blumen machen und zwar mit einer ziemlich einfachen Technik. Ich habe hier die runde Geodenform von Molds and Shapes. Zu den Farben sage ich gleich noch was. So today I want to do some flowers. I got my round coaster mold from Molds and Shapes. I already mixed up my resin and some colors and I will of course tell you in a second what colors I use. I will just fill up my mold with resin, remove any bubbles, poke out some bubbles which are trapped in the edges and then I will talk about the colors. Also ich verteile gerade mein Harz auf die Formen, gehe einmal mit dem Heißluftfön drüber, entferne die Bläschen, eventuell noch Bläschen aus den Ecken. Und ja, das machen wir jetzt im Timelapse, damit ihr nicht so lange warten müsst. So I will do just a quick timelapse and then I will be right back with the colors. Also ich bin sofort zurück mit den Farben. Wenn das mal alles so schnell gehen würde in echt, ne? Ah, herrlich. So, meine Farben. Ich habe für meine Mitte Chameleon Lara Flakes von Dippon. For my center I got some Chameleon Lara Flakes from Dippon. And I also added some, I think it's called Spruce Green from Laura's Art Corner. Ich habe noch ein bisschen grünen Glitzer hinzugefügt. Dieser ist von Laura's Art Corner. Ihr könnt einfach grünen Glitzer, ihr könnt für die Mitte sowieso nehmen, was ihr wollt. Und ich verteile jetzt einmal gerade, ja, mein Glitzer auf die Mitte. So I will just fill my center with my glitter mix. Yeah, and then I will show you basically what colors I use. But we will, I think I will change my colors like thousands of times. Ähm, ich habe dieses Video übrigens schon vor bestimmt zwei oder drei Wochen gedreht. Habe es aber irgendwie noch nicht geschafft, das zu bearbeiten. So basically I made this video, I think it was about three weeks ago, but I really had no time to edit the video and post it. So that's why I always have to kind of think about what I did when I'm doing this voiceover right now. Ich muss also immer tatsächlich ein bisschen überlegen, was ich eigentlich gemacht habe, wenn das schon so lange her ist. Ich habe meine Farben alle schon weggeräumt und das kommt davon, wenn man irgendwie Videos macht und die nicht direkt postet. Ich verteile jetzt gerade meinen Glitzer noch in dem Herzchen ein bisschen, gehe noch einmal mit dem Bunsenbrenner kurz drüber, ein paar Bläschen entfernen. Und ja, so I'm just adding the glitter and just go over it with my torch to remove any bubbles. And now we have the next colors. So, das ist mein normales Weiß. Da ist also ganz normal weiße Farbpaste drin. Werden wir aber gleich noch verändern. So this is my white with white pigment paste, but we will change every color. This is a pearly white, das ist ein Perlweiß. Und das ist so ein electric pink, nennt sich das. So ein schimmerndes pink. So this is electric pink, which is kind of a shimmery pink. But I will change the colors. I add one drop of dark purple Alkohol ink. Ich mache hier ein Tropfen dunkles lila Alkohol ink rein, weil mir das Weiß zu transparent und zu unscheinbar ist. Also ändere ich das noch und die Farbe ist mega. Also man sollte viel mehr Farben selber mischen irgendwie. Look at this color. I just love it. It's just one drop of purple Alkohol ink. With the electric pink, which is also quite transparent, I added, I think it was three drops of Pinata White Alkohol ink, just to make it kind of a little bit opaque. Ich habe hier drei Tropfen Pinata Alkohol ink in weiß hinzugefügt, um das Ganze so ein bisschen, nennen wir es mal, deckender zu machen, weil diese Farbe sehr transparent ist. Hier seht ihr, mache ich noch zwei Tropfen dazu, also insgesamt drei, damit das, wie gesagt, so ein bisschen kräftiger wird. So, this is the color with the pink, just a little bit, well, it's not opaque, but you know, white will just change in a transparent color totally. And for the white, I thought it was boring just to use simple plain white, so I added some gold interference color, which is the pure ghost gold from Dippon. Ich habe hier das weiß, das war mir jetzt zu langweilig, weil die anderen Farben alle schimmern, noch ein bisschen pure ghost gold von Dippon hinzugefügt, einfach damit diese Farbe jetzt auch ein bisschen schimmernder wird. Also ihr seht, manchmal ändert man den Plan total. Ich hatte was komplett anderes im Kopf und habe es, wie gesagt, komplett über Bord geschmissen und jede Farbe nochmal abgeändert. Also kommt hier noch ein bisschen pure ghost gold dazu und dann haben wir drei schimmernde Farben. So, sometimes you change plants as you go and I had completely different colors in mind, but, well, you see, I just change it completely. Now we have three kind of shimmery colors and I decided just to do simple spirals. Ich habe mich also entschieden, einfach Spiralen zu gießen. Das ist im Grunde genommen die einfachste Form Blumen zu machen. Ich bin tatsächlich noch überlegen, mache ich jetzt eine Blumenform oder was mache ich? Ich mache Spiralen. So I was just thinking about doing like petal design, but then I thought, no, I will just do simple plain spirals. Ich fange jetzt einfach mit weiß an, wie ihr seht, mache in jedem Coaster meine weiße Spirale, dann mache ich eine pinke Spirale und dann mache ich eine lila Spirale. Das Ganze mache ich euch gleich ein bisschen schneller, damit das nicht so lange dauert und ja, da könnt ihr quasi einfach zuschauen. Was ich aber jetzt schon verraten kann, das ist nämlich wirklich spannend, ihr seht die Farben, ihr seht, wie knallig das Pink auch ist. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie sich die Farben im Harz tatsächlich ändern, weil das Endergebnis ist komplett anders. So I would just make a white spiral, then I go in with a pink, then I go in with a purple. Pretty simple. And one thing I can already mention, look how bright this pink is, but in the end result, the colors, they changed completely. And I think this is what I love about resin, because, well, you cannot control resin at all points. And sometimes resin has its own mind and the colors will really kind of change while they blend. So the result is completely different of what you now see. That's what I love about resin. Okay, so now the purple one and then we can do some petal designs. Also ich gehe jetzt noch mit dem Lila rein und dann machen wir noch ein bisschen Blumenmuster. Ich gehe jetzt einfach mit dem Zahnstocher hin. Passt bei dem Zahnstocher immer auf, dass ihr euch die Silikonform nicht verkratzt, also wirklich nur in der Oberfläche bleiben. Und mache mir ein paar Blüten. So I just go in with my toothpick. Always be careful when you use a toothpick. Just go on the surface of the resin. Don't scratch your mold. Don't go in too deep. So be careful. Normally I use a dotting tool which has like a rounded tip, so I cannot scratch my mold, but I couldn't find my dotting tool. Ich nehme normalerweise immer dieses dotting tool und das hat ja diese abgerundete Metallspitze. Damit könnt ihr euch die Form nicht verkratzen. Ich habe nur irgendwie mein dotting tool nicht gefunden. Deswegen der Zahnstocher. Also viermal nach innen, viermal nach außen und dann sind wir schon fertig. Ein kleiner Swirl in der Mitte. So four times from outside to the inside and then four times from the inside to the outside. A little swirl in the middle and basically that's our flower design. It's really, really simple. Hier habe ich mir noch überlegt, ich mache das noch ein bisschen interessanter und gehe noch so ein bisschen außen, da von außen nach innen, aber nur so diese ersten zwei rein. So I thought I will just change it a little bit and go from outside to the inside, but just not towards the center, just on the outer edge and make a little, yeah, some kind of smaller petals on the outside. Das war's schon. That's it. And now we can demold. Guckt euch die Farben an, wie sich die verändert haben. Ich finde das immer wieder faszinierend. Das Pink ist überhaupt kein Pink mehr. Das ist wirklich ein Lachston geworden. So this bright pink completely changed into like a salmon peachy color. It's just amazing how these colors really turned out. And look at the result. Guckt euch das mal an. Komplett andere Farbe hätte ich überhaupt nicht erwartet. I really wasn't expecting this. The colors completely changed. They are quite soft. That's why I have like a piece of plastic sheet and I can just place my coasters on this flat surface. Ich habe mir eine Plastikfolie hingelegt, weil meine Coaster noch sehr, sehr weich sind. Und damit ich mir die nicht kaputt mache, lege ich die einfach auf so eine gerade Plastikfolie, weil meine schwarze Unterlage hat so ein paar Riffel drin. Das drückt sich auf die Coaster ab. Deswegen habe ich das Plastik da liegen. So let's just demold the last ones and I really loved how the colors turned out. Look at this and I really love this light shimmery purple. Ich mag dieses lila total gerne, dieses schimmernde, weil das so ganz, ganz dezent geworden ist. Das finde ich richtig, richtig schön. Also so ein bisschen lachs, lila, golden schimmernd. It's really like a salmon, light purple and light golden shimmery colors. I really love the result. Okay, das waren ganz einfache Blumen. Hier noch das kleine Herz. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Es ist echt, also tut mir leid, wenn dieses Voice-Over ein bisschen chaotisch war. Das kommt davon, wenn man zu lange ein Video auf dem Handy hat. So I hope you liked the video. Sorry for kind of a chaotic Voice-Over. I just had my video for such a long time on my mobile without editing it. Okay, see you in the next video. Leave me a thumbs up, subscribe to my channel and take care. Wir sehen uns im nächsten Video. Hinterlasst mir gern ein Abo und ein Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.